ja ok alles klar hier einmal hier salamu alaikum Fahid jetzt haben wir die Mekaner hier haben wir schon hier jetzt mache ich jetzt mal hier breiter so hier breiter ok dann machen wir Lohnbereitung dann mache ich jetzt schmal das sieht man gut jetzt mache ich ein bisschen hier nochmal jetzt breiter noch dann kann er nochmal dann machen wir nochmal ok hier hier schon zeigen da ist noch besser ok dann müssen wir stoppen